hallo willkommen zu einem neuen tutorial mit mir und malini ich bin zwölf jahre alt und heute zeige ich euch den handstand überschlag malin ist immer noch zwölf jahre alt in jedem clip ist sie zwölf jahre alt aber trotzdem gucken wir jetzt was sie uns zeigt eine wichtige voraussetzung ist dass ihr den handstand beherrscht dafür geht ihr den handstand und rollt euch erstmal ab und versucht danach so gerade wie möglich zu stehen und als nächstes geht ihr in die hocke und versucht einfach ein bisschen in die handstand reinzuspringen und so zu landen damit ihr am ende auch direkt wieder aufstehen könnt und dann könnt ihr ein bisschen mehr schuhe dazu holen und dann einfach mal ausprobieren am ende sollte dann so aussehen ich hoffe euch hat das video weitergeholfen abonniert uns gerne auf youtube und auf instagram aktiviert die glocke um keine weiteren videos zu verpassen so ist das tschüss